So gleich im Anschluss hinten dran, diesmal ohne Pause, ohne gar nichts, ähm, gleich hinten dran, weil ich grad so Bock hab und Zeit habe, ich nehm gleich noch ein paar auf, ähm, ich trink doch eh, oh mein Gott. Ähm, vier war's, okay. Ja, das müsste reichen erstmal. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier durchkommen, ich glaub das hätt mal aufspringen müssen. So, hier kommen wir irgendwie. Lang, hin, können wir lang, okay, ne. Ist ne große, äh, große Open Vault hier. Ah, hier, ähm. Kommen wir aber nicht dran. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn hier hin? Wir haben jetzt, äh, leider uns ein Kanister weggeworfen. So, aus Versehen, leider. Ich versuch mal hier drüber, ähm, hier lang. Und ich hab grad eine Nachricht bekommen, ähm, bin gleich wieder da. So, und da bin ich wieder und wir versuchen hier drüber mal weiterzukommen. Ich weiß nicht, wie lang der Part jetzt ist. Ich sag jetzt einfach mal noch, äh, zwischen fünf und zehn Minuten werde ich jetzt hier einfach noch aufnehmen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich grad hier stehen geblieben bin. Klettern? Oh mein Gott. Ich kann hier hochklettern. Oh mein Gott, ist das geil. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es so oberhammer geil wird. Dann ist hier oben noch jemand. Nein. Aber in den Sitz. Oh oh, das hört sich nicht gut an. Oh mein Gott, da sind Lichter. Oh mein Gott. Wir werden's verkacken. Die haben Gewehre dran, glaub ich. Ja, stimmt. Ohne Vorbereitung kommen wir dort niemals lang. So, und jetzt heißt es, äh, wieder runterklettern. Das ist das einzige Nervige, was man in manchen Spielen, Überspringt. Ach du Heilige, das wird noch lange dauern. Was wir hier noch alles suchen wollen. Das kann noch lange dauern. Und da haben wir... Was ist das? Oh mein Gott. Ne, es wird noch lange dauern. Immer hier, äh, alles zusammen haben, so wie's anhört. Kühler, Grill, Panzer und Wille haben. Dann wird das wohl... Ja, wie gesagt, noch eine Weile dauern. Wir versuchen jetzt erstmal hier runterzukommen. Oh mein Gott, leicht eingehumpelt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das Auto ist sehr schwach. Hoppen ist dann abgeschlossen. Dem Wahnsinn entgegen. Ich muss die Kiefer... Ich muss am Kiefer vorbei, um nach Gastown zu gelangen. Aber wäre es... Aber es wäre reiner Selbstmord, wenn wir Magnum Opus vorhin nicht verstärken. Okay. Das sehe ich auch ein. Jetzt fangen wir erst wieder hier weg. Äh, versuchen mal zum Sion zu kommen. Ja, ähm, morgen hatte ich eigentlich geplant, dass ein Kumpel vorbeikommt. Dieser kommt jetzt aber doch nicht vorbei. Ähm, weil er ein bisschen krank ist. Ich bin zwar bestimmt auch mal ein bisschen krank, weil wir heute waren so ein mieses Wetter. Ich weiß nicht, ob wir das hier irgendwie mal machen sollten. Ich weiß nicht, ob wir das hier sind. Nein! Ähm, das hier möchte ich. Beutelhand nehmen. Okay. Also ein großes Tarsmann auf der Motorhaube zeigt viel Macht. Da bin ich mal gespannt. Aber wir fahren jetzt erstmal... Oh mein Gott, ist das eine Staubwolke. Ist das eine Staubwolke? Wir fahren jetzt erstmal zurück. Und guck mal, wie wir mal weitermachen. Weil einen direkten Weg jetzt weiter sieht man ja jetzt so nicht. Weil es ist alles so ein bisschen... So lala, sag ich jetzt mal. Es geht ja alles von der Mission jetzt aus. Und wenn ich weiß, wenn die Mission weitergehen... Ähm... Das ist alles so ein bisschen, ja, wie gesagt, so lala. Man muss abwarten, was die Mission bringen. Und die Mission bringen, das, was ich will. Nein, 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 nein. Komm, 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 du Schöster hast, du Schöster hast hier hoch. Komm, 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 mit einem Boost hier hoch. Juhu. So, dann fangen wir mal wieder hier rein. Und gucken wir einfach mal, was im nächsten Part zu... Dann passiert wieder. Aua. Das... Na klar, will ich mich immer noch mit dir anlegen. Aber ich will mal sagen, was? Natürlich Bug. Er ist ein nächstes Sagt. Ist das Bugs gewesen? Keine Ahnung. Komm, komm, kann ich auf den Namen. Ähm... Was er natürlich jetzt sagen will, das findet man natürlich in den nächsten Part heraus. Kühlerfigur. Okay, wollen wir mal eine Kühlerfigur noch einbauen? Ja klar, natürlich einer Freund. What? Was ist das für eine Kühlerfigur? Ist das hässlich? Oh mein Gott, ist das hässlich? Ja klar, in der Front. Oh mein Gott, ist das hässlich? Obwohl, das geht ja noch. Das geht ja noch gut, Leute. Da würde ich sagen, wenn euch der ganz Part gefallen hat, gibt es natürlich einen Daumen nach oben. Schreibt mir natürlich in die Kommentare. Ich habe hier natürlich mehr sehen wollt. Und natürlich von Jump Packet, ähm, die nächste Mission wissen wollt. Hier haben wir noch die Biografie von Jet. Wer das so schnell lesen möchte, hat das gerade gemacht. Und die Steckle Gum. Hier, oh mein Gott, hier ist sehr viel. Ich lese mir das natürlich nicht durch. Ich habe noch den Unbekannten gefahren. Und unser Auto. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. ZEIT! Euer Männers Wort. Ciao, ciao.